Beim Boxen, man macht sehr wenig Pause, wirklich. Achso, du meinst genau das Training? Training, ja. Egal was du machst, immer nur eine Minute höchstens. Ja, warte mal an, dann immer nur Vollgas, weißt du? Und dann ist mal eine Minute Pause und dann geht's direkt weiter. Euer Herz, Kasper, gut. Herz. Ja, warte mal an. Ja, warte mal an.